Hallo und herzlich Willkommen heute zu einer Kurzmeldung. Ich hatte das ja schon im letzten Film erwähnt, dass wir Änderungen machen. Und die Änderungen werden folgendermaßen so aussehen, dass wir jeden Mittwoch und jeden Samstag einen Film einstellen werden ab 20 Uhr, damit man die Station besser einteilen kann. Und wir werden mehr Rezepte, mehr praktische Sachen machen, damit man weiß, was man alles mit den Kräutern, mit dem Obst und so weiter machen kann. Das werden diese Änderungen sein. Also zwei Filme pro Woche wird es geben auf Kräuter- und Bienenfarben. Ja, so sieht es aus. Morgen geht es direkt los mit einem neuen Film. Wer Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.